Bei den ganzen Sicherheitsalarmen hatte ich mit mehr gerechnet. Bringen wir es hinter uns, Jedi, bevor noch mehr Zeit durch eure sinnlosen Störungen verschwendet wird. Gebt auf oder sterbt wie Milennec oder wir müssen nicht kämpfen? Was meint ihr? Das erste, wir müssen nicht kämpfen? Ich meine, wir sind ja ein Jedi. Wir können erstmal versuchen, das so zu regeln. Ne? Lügen? Naja, die Wahrheit ein bisschen dehnt, er ist ja nicht mehr da. Es wurde schon genug Blut im Namen Rebans vergossen. Wir können es beenden, wenn wir zusammenarbeiten. Ich fürchte, daran bin ich nicht interessiert. Okay. Das wollte ich ja nicht hören. So, warte, 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 hier. Okay, kehre zu Lana Benico zurück. Dann sind wir hier fertig. Kurzen gucken. Alles klar, wir müssen da wieder hin. Da. Rischi Dorf. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So, das kann weg, das, 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 das auch. Gut. Oh, einpacken hier. Kira, einpacken. Sehr schön. Ihr habt nach Exonium-Vorkommen gescannt? Bei den Sternen. Ja, gern geschehen. Ich habe eure Scouts gefunden. Sie sind tot. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Für uns bleibt jedoch keine Zeit zum Trauern. Hier gibt es eine Bestie, die gierige Fresserin. Eure Augen sind näher am Boden als unsere. Würdet ihr die Spur der Bestie aufnehmen? Wir müssen sie finden. Für das Wohl unseres Dorfes. Findehinweise ist zum Weg der Bestie. Das wir tun auf jeden Fall. Aber erst einmal wollen wir hier mit, das müsste hier oben sein, mit Lana reden. Ups. Ihr seid zurück. Die Rishi haben uns von Störungen in den Lagern erzählt. Ich habe mich um beide gekümmert. Teron wird in einer anderen Revaniter-Festung in der Nähe festgehalten. Wissen wir etwas darüber? Die Anlage im Tal? Wir haben selbst gerade erst davon erfahren. Die Rishi sprechen von einigen Raumschiffen, die in der Umgebung versteckt sind. Revans Flotte. Genau. Und laut den Nova Blade Datenaufzeichnungen schreitet sein Plan rasch voran. Imperiale und republikanische Flotten nähern sich bereits. Das sind nicht nur kleine Patrouillengruppen. Beide Seiten haben ihre mächtigsten Kriegsschiffe versammelt. Sie werden von Darth Ma und Satil Shan angeführt. Ich habe bereits mit Meisterin Satil zusammengearbeitet. Ich kann sie warnen. Ich bin sicher, dass sie auf mich hört. Ich habe bereits versucht, beide Seiten zu kontaktieren, aber ich komme nicht durch. Sollten wir es doch schaffen, stelle ich sie sofort durch. Was wissen wir über die Rivanita-Anlage? Sie scheint die primäre Operationszentrale auf Rishi zu sein. Starke Sicherheitsmaßnahmen und es führt nur einen Weg hinein. Wenn wir es irgendwie schaffen wollen, Teron zu retten und diesen Flottenkampf zu vermeiden, müsst ihr sie frontal angreifen. Dann werde ich genau das tun. Wir helfen euch so gut wir können. Möge die Macht euch stets dienen. Möge die Macht mit euch so ein Lerner. So, Bollberg, Züchtiger, zack. Danke. Also, wir orientieren uns mal ganz kurz erstmal wieder. Da ist die Geschichte mit den Hinweisen zur Bestie und da oben müssen wir hoch. Es ist wieder ungefähr auf dem Weg. Es passt also wunderbar. Wir machen uns erstmal wieder auf den Weg zur Bestie. Upsala. Ich bin doch mal gewöhnt, diese Quest hier anzunehmen. Habt ihr gehört? Die drei Schlechter sind aus dem Brutnebel auf diese Welt gekommen, um diese bemitleidenswerten Kreaturen zu unterwerfen. Ihr seid ein Jäger, eine lebendige Waffe. Aber wir sind die Größten der Galaxis und suchen den Wettstreit. Das ist das, was ich nämlich gesucht hatte. Besorge Groffett Fleisch. Guck, da liegt schon mal da was auf dem Boden. Dafür muss ich mich wie erstmal weg hier. Der Weg zur Bestie. Die müssen hier irgendwo auf dem Boden liegen. Die ganzen Skelette, was da hinten ist was. Da haben wir das nächste. Eins noch. Und da haben wir Dschungel... Gottfett. Wegen Fleisch. Jetzt brauchen wir auch noch. Zwei von drei. Wir brauchen aber auch noch einen Hinweis. Leute. Warte mal aufsatteln. Wo haben wir noch... Ein Hinweis brauchen wir noch, Mensch. Friß mein Lichtschwert. Genau. Besorgst... Klar... Zähne... Was auch immer das ist. Kriegen wir auch noch hin. Trotzdem brauchen wir noch einen Hinweis. Kurz orientieren. Wir sind gerade da raus aus dem Gebiet. Das muss irgendwo noch hier sein. Ein Hinweis noch. Ein einzigen. Da. Obervogel. Hi. Komm mal her hier. Aran Kau zurückkehren. Das machen wir jetzt natürlich nicht. 10 von 25. Warte mal. Also. Hier muss eine Quest sein. Okay. Ach, das ist das mit den Zahn. Da müssen wir auch noch gleich in die Leute. Aber hier muss irgendwo eine Quest sein. Da. Sensible Informationen sollten nur noch persönlich ausgetauscht werden. Gleiter Zugang für alle freigegeben. Begebt euch zu den vorgegebenen Sammelpunkten. So. Auch das machen wir mit. Ah, hier unten irgendwo. Hier. Hier. Kannst du den Kampf nicht benutzen. Ach, Leutchen. Echt. Guck mal her. Hier, Junge. Jetzt geht's los. Ach, der ist ja nett. Rausgezogen aus dem Fluss. So. So. Schön, wenn der Plan funktioniert. Da kommt, hoch da. Hallo. Jetzt orientieren wir uns wieder. Also. Da ist das nächste. Ach nee, das ist hier das ganze Gebiet. Seht ihr das? Wasserkreaturen. Und da haben wir Zerstöre die Ravanite Gleiter. Wow, machen wir uns wieder auf den Weg dorthin. Das war's dann jetzt. Läuft. So, ich würd's mal heilen. Vielleicht ist da was blau? Nee, ne? Nee. So, wo sind dann diese Gleiter, die wir vernichten sollen? Warte mal eben. Manchmal da nicht, sondern dort müssen wir hin. So, ich brauche gerade euren Rekordboss. Kira einsammeln. Nochmal einsammeln. Sehr schön. Läuft ja super. Wir brauchen aber noch einen zum Gleiter noch. Ah, da hinten ist einer. Warte. Hi. Kommandoran 5. Feindliches Abfangen ist wahrscheinlich. Das ist meine letzte Übertragung auf dieser Frequenz. Wir werden den Sieg an einem anderen Tag erringen. So, Leute. Wir schauen wieder. Das ist das noch mit den Tierchen. Auf dem Weg dorthin werden wir noch was finden. Wir müssen aber diesen Weg nehmen hier. Den Weg und dann hier irgendwie lang und dann kommen wir dahin. Kein Problem. Oh, guck mal, süß. Kommt her, Vögelchen. Ich friss mein Lichtschwert. Kommt her, hier. Füß. 23 von 25. Waaah. Die haben nicht gezählt. Die zählen sowieso nicht, aber vor allem die beiden. Die haben nicht gezählt. Die gemein. Ups. Wir brechen gerade euren Rekord, Boss. Eigentlich wollen wir nur die Küste haben. Wie gemein. So. Ich könnte noch ein paar Tiefchen gebrauchen. Hier darfst du so ein... Ihr beiden jetzt. Kommt. Geht doch. Geht doch. Ach, das ist ein Bonus. Okay. Eins von zwei. Nee. Der zweite ist da hinten. Und zwar da vorne. Fress mein Lichtschwert. Besiege Rehvanita 325. Unten rechts seht ihr, was wir machen müssen. Ja. Und da müssen wir hin. Und schalte die Kriegsschiffe aus. Drei. Drei an der Zahl. Nummer eins. Wo haben wir noch ein Schiff? Ich glaube hier gar nicht, ne? Ich glaube, wir müssen... Oh, nee. Echt reingefallen jetzt. In die Richtung weiter. Drei. Ich weiß, das istех. Und da mache ich jetzt ein Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020